Willkommen in seiner neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment Petsch, Steint, Waddle, Kay, auf dem Privatzimmer Rising Gods Ja, was ist denn hier? Ach ne, ist nur noch im Abgrund Ja, wir sind hier mitten in der Bamba Ich habe abgekürzt und bin über den hier gestolpert Genau, ich bin einfach hier den Weg hochgeritten und wollte hier rüber abkürzen Da steht hier ein Fettspass herum Äh? Jo, der hat noch ne Quest Der Riesenwächter findet das Verlorene Nachtelfen Mädchen, jawoll Das ist auch mit da oben, wo wir sowieso hin wollen Da können wir das auch gleich mit Machen Ich bin zu weit südlich, jawoll Und gerade so ein Riesen hier hinten Das passt jetzt nicht ganz so gut Wir müssen noch mal zu den Harbchen rein Mäh 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 Lass los Mäh Machen wir nicht die Bretanik ab, du So So Hier Aha Das ist schonmal das Monument Hier müssen wir die Quest abgeben Hm Mähm Böser Harbchen Und hier müssen irgendwelche Ah, da oben ist ein Feuer. Feuer sein. Dann hätten... Was? Da drauf? Da drauf? Ja, wie komm ich... Hä? Ich komm doch... Hier nirgends hoch. Hier vielleicht? Das ist ja jumpin ran. Seit wann macht man sowas? Aber... Ich wollte grad sagen... So wie ich springe, springe ich garantiert drüber. Aber jetzt hab ich Schwein gehabt. Extra etwas früher... Abgehobst. Genau. Das ist eine Kohlenfalle. Äh, Flamme. Hihihi... Fein. Ach, das sind dann die Essenzen. Äh, liegt klar. Und... Jo, da oben... Da putzelt schon eine zweite. Ich hab's gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Jep. Ich hätte nämlich eher gedacht, dass wir hier oben hin müssen. Aber das ist ja das Ding von nach unten, ne? Oder? Ne, das ist hier hinten von nach unten, genau. An dem Tor hier. Und die Sirene... ...beschwören muss. Das Mädchen... ...müsste hier oben irgendwo rumstehen. Ah, da beim... ...Frauzeichen, genau. Man braucht sich auch nur ein bisschen umgucken. Weißt du? Hm, hm, hm. Ich such grad noch die Feuer. Und die hier... Ah, hier. Ah, da wird das andere irgendwo unten hinten sein. Ja. Ja. Zeichen. Gibt's hier? Zeig dir, wie stark ich bin. Genau. Dann mal das zweite. So. Da haben wir das dritte. Das können wir auch gebrauchen. Ja, ne. Dunkelmond machen wir nicht. Da kann man die abgeben. Für Lederverarbeitung brauchen wir sie klappen und nicht mehr. Ja. So, dann springen wir hier oben rein. Huch. Was für eine Tule? Na, Quest. Warum? Nimmt. Scheiß Glocke aus der Truhe. Scheiß ist nicht Tee. Begleitet Schei zu Felsbasserslauer. Vorsichtig. Hm, da Glocke müsste ich doch garantiert wacht beim Ende. Nee, das ist ne, das ist ne. Ja, komm da hin. Hapik, kannst losgehen. Falls ihr euch verlauft, einfach läuten auf das ich euch finden kann. Was? Ach! Du kommst mit? Schlecht gerade. Sehr schlecht. Ich wollte doch hier die Quest noch machen. Und jetzt soll ich dich zum Felsbasserslauer eskortieren? Na gut, dann werden wir das wohl machen müssen. Ich hab doch keinen Bock mich da unten durch zu prügeln. Und dann... Genau. Ich bringe die erstmal weg. Als nach dem anderen. Jetzt gebe ich ihm Nahkampf. Jawoll. 200 Texte. Und? Na, so ne, so ne, so ne. Hier ging's doch? Nee, oder? Jetzt auch mir... Gut. Wird gleich weglaufen. Den ganzen hin und weg. Ah, das ist die Glocke. Damit die nicht erbaut. Oh Gott. Alter, was gibt's nie vergessen. Seltsam. Und bitte nicht bei jedem Mob weglaufen. Komm. Schnauzechen in den Kram! But, 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 but... here. Beim Zwerg. Ja, die tut ja nix mehr! Musst du nicht so? Ah, hüpf ruhig hier bissl rum auf der Stelle. Na klar. So mal, sind jetzt alle Escort-Quests so? Ach, ich hab auch noch ne Zeit. Ne, super. Ich hätt vorher hier alles freiräumen sollen. Das sollte ich vielleicht jetzt immer noch machen. Ähm, ja, komm. Aha, heißt er. Schniegel. Kommen wir hier in der Mitte durch? Sicherlich nicht. Ei, Tart, das wird so knapp. Wir müssen die hier mitmachen. GZ-Zähnchen. Ja, hier kommen, knippe die gleich mit weg. Wenn die hier sowieso jedes Mal ne Minute wartet. Da haben wir vielleicht ne Chance. Den sein Lager ist dort. Wir müssen nach unten durch die Viecher noch durch. Ahahaha. Jo, ich bleib mal hier stehen. Mal gucken, wann die sich wieder rührt. Ich schnippe das dann alles mal ein bisschen schneller, ne? Ah, es geht schon weiter. Ich bin ganz Ohr. Was? Ja, Halbuhr reicht mir auch. Du hast lange Ohren. Ja, komm. Nu. Was denn jetzt? Ich hab doch aber geläutet. Aber du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Ich muss jetzt 40 Sekunden warten. Ah, geht. Gut. Hat ein bisschen Verzögerung gehabt, ne? Ja, dauert bis der Groschen fällt. Boah. Alter Schwede. Nein. Nicht Edden. Es gibt zwar EP, aber nein. Ich will die Drohler los haben. Ehrlich. Mann, Mann. Ne. Vibe, Vibe, Vibe. Schei-Laubschleicher. Wird gleich weglaufen. Na toll. Zwo, eins. Ja, jetzt. Diese Bäume sind imposant. In Gedanken. Alter Schwede. Ich leg dich gleich übers Knie, Fräulein. Von wegen weglaufen und so. Zwischenbär und Hühnchen, jawoll. ich hab doch ihn für dich mitgebracht jetzt ja nur abgeben du leder 14 stärke braucht man nicht 53 74 ja damit ich sollte nicht umherstromern ja ja das stimmt und ein bisschen licht wäre auch nicht schlecht für dich so wir brauchen noch eine flamme von oder kohlen schale von die klappe war aber ich will gerade nicht kuscheln gucken wir mal hier oben gleich rein von der seite das ist ein bisschen erhöht jetzt hätten wir uns hier vorne auf der kante gestellt hätten doch mal gekocht ausschau gehalten aber so geht das natürlich viel besser da haben wir gleich das so fein und jetzt ach so ich muss ja den stadt noch benutzen bevor ich da ein tatschen lauf benötigt monolith aha können wir nur da unten antatschen mama die fliegt kurz und quer ist egal haarein lippke das könntest du gleich wieder raushauen ja tipp dich da ruhig aus das ist jetzt erstmal bummi so zehntchen übernimmt das schon zehntchen jetzt was noch eine ihr habt wohl nicht mehr alle latten am zaun hier das dauert doch stunden jetzt jawohl wenn zähnchen obendrauf steht geht das gut euer immerher mit exp wir sind hier aus 56 in fairer last nein das sind nur restquests ich bin drüber gestolpert und im fliegen habe ich auch noch eine gesehen die müssen wir dann auch noch machen unten beim hordi posten was das waren nur autoschüsse fast bis auf den da 2 akrometer nö geht da muss ich zähnchen vorbei gehämmert haben zack schön ins kreuz mit der 2 und axt jawoll klatschen muss so den stock haben wir fertig und den muss man jetzt hier abgeben ihr bekommt einen funkelnden stein und was soll ich damit fühlt ihr wie die energie im stock alter schwede wer hier nichts böses denkt bringt den funkelnden stein und den stock in die mondfeder fest nettle aber wir machen jetzt einen quantensprung und zwar hier unten rein zum hordi posten camp moyatche wenn du hier raus lässt hier runter hast du hier unten diese anderen tauren die dort rum springen und dort drin ist nämlich auch noch eine quest die machen wir gleich mit quantensprung bis gleich hier ist der hordi posten hier vorne camp moyatche und wir müssen hier vor hier vorne wollen wir ja auch schon questen beziehungsweise sind hier durchgelaufen ich kann dir aber auch nicht sagen ob die quest damals schon hier war wir müssen uns jetzt hier durch prügeln ich glaube ich hatte auch hier an der stelle schon geguckt und hab aber hier schon rum gedreht ob hier irgendwas war 41er und keine ep so muss das sein 43er und auch keine ep das ist schön 13 level unter uns das muss nämlich auch nicht sein schon schlimm genug mit 11 level so und da oben ist es aufgeblieben da oben ist eine quest für uns ja kannst du gerne machen mit dem netz hab ich nichts dagegen ich balladier ans kreuz jawoll so das da noch ich schick zähnchen die vorher rein das ist genau da siehst du so schnell hat die wieder aggro ja ihr habt es aber auch schwer ne ihr werdet von der horde verprügelt und von der allianz yo 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 ich dachte die wären hier drinnen ich habe den hier oben drauf wie komme ich denn da hin und dann darf ich die hier bestimmt befreien und muss vorher noch ein schlüssel von den hier looten hör mal auf die zu klatschen und reiten wir hier an der seite raus ob es die wand ein das muss irgendwo hier an der seite zu denen hochgehen ja ich will nur erstmal die mops resetten jetzt denn wenn ich jetzt da unten zu viele klatsche wird das brähe was ja ich stände voll auf der richtungstaste und bin ich jetzt geht wieder jawoll befreit mit dem bambus käfig schlüssel sowie mindestens was krimling flitzer aus dem pferd im so wie mindestens 66 krimling flitzer müssen überleben ihr habt sechs minuten bis kinder beschließt das ist zeit zum rückzug und eure aufgabe gestaltet das heißt ach so den schlüssel habe ich gekriegt naja aber das ist doch sechs minuten kommen welche findet die macht also mit das hätte man sich denken können und ja bleibst du wieder stehen ne wie alle anderen auch dann fange ich schon mal einen weiter zu machen und guck dir zu wie du dich an dem mob da erfreust ich hab mehr geholt ich hab da mehr geholt hilfe bleib du ruhig dort stehen so lange die zeit zählt so den immer mit denen immer mit und da drauf solange du da keinen unflug baust darfst du da stehen bleiben da könntest du dich jetzt mal wieder resetten damit ich da oben vielleicht die quest abgeben kann wir machen hier mal alles weg ja ich guck jetzt nur noch zu der nicht dass die fortläuft kann sein dass die da so lange liegen bleibt bis mob verschwunden ist rolle der ausdauer schön ja macht's das ist schön dann können wir hier aufmachen zeig gleich ich habe jetzt überlegt ob ich erst aufmache und dann oder ob ich erst warte ach du scheiße ja mal gut dass ich hier vorne schon weg gemacht hab hat sich doch ah aussieht's halt wir hatten hier schon wieder eingegriffen die fliegen doch niemals so schief okay du machst das ich lauf hinterher und abgeschlossen fein und die ist schon wieder da oben oder was alter das sind quests und machen wir nie wieder so doch na klar das ist mal was anderes zu g 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 Was hört euch hierher? Ne, die Quest. Und jetzt Gerechtigkeit üben. Tötet zwölf Naturalisten. Das sind die, die mir gerade geklatscht haben. Das fällt dir jetzt ein. Zehn Roll war der Krimtote. Schamanen. Das sind genau die, die mir gerade geklatscht haben. Kannst du das nicht vorher sagen? Ich schüttel dich gleich. Das geht ja auch nicht. Mensch, wir haben gerade hier alle geklatscht. Hier klickt aber noch falsch. Ungenatzt. Hätte man doch gleich beide Quests in einem machen können. Das dürfte doch wohl nicht das Problem sein, oder? Mal vorher die Türche öffnen. So. Bing, bong, bä. Die Himmeltüte. Komm ich hier hoch, irgendwo an der Seite? Naja. Oh, das hier sieht besser aus. Jawohl. Ah, da ist Riesbogen. Das ist schön. Da können wir uns die nächsten auch gleich schnappen. Hier auf der Runde, bevor wir nach vorne laufen. Es gibt ja noch ein zweites Lager hier oben. Da tun wir uns dann auch gleich. Mal gucken, wie viele da überall drinnen rumschweben. Jawohl. 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 Oh, hier hinten ist auch schon wieder Riesbogen. Schniegel. Gehen wir gleich alle mit auf dem Weg nach vorne. So. Oh, der kommt wieder. Warten wir uns bis hier... Ah, nee. Wir hatten uns ja bis hier durchgeboxt. Genau. Schamanski. Sieht ein bisschen gebeugt aus hier, oder? Oder? Ja. Das ist ja auch ein Stamm. Oh, Mann. Es sah alles gleich aus. Entschuldigung. Menno. Was ist denn das? Ja. So, hier haben wir. Ziehen wir mal her. Ach, das wird zählchen. So, jawohl. Hier wird nicht geflüchtet. Jupp. Haben wir das auch. Komm, wir lassen so ein bisschen nach vorne laufen. Ja, doch. Aber jetzt nicht mehr. Mega, mein nicht so rum, du. Genau. Naturalis. Au, au. Ein Bärchen. Jawohl. Haben wir die auch. Ja, und... Jetzt sind wir auch schon wieder durch eine Runde durchgemisst. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, vom Allschauen, Zuschauen, Dankeschön. Wenn's dir gefallen hat, dann sind wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft vom Blizzard Entertainment, Patchdunk, Waddle, Kay. Auf dem Privatsober Rising Goals. Bis dahin, auf Wiedersehen und... Szdo. Schizikowski. Schizikowski. Tschizikowski. Wir一樣. Vielen Dank.